Ah, uh, naja, so, äh, wir sollen zu Dennis, ach ich bin so doof, warum haben wir eigentlich eine Schnellreise, ne, Schnellreise wäre jetzt glaube ich das idealste, ach du scheiß wie viel es hier noch auf der Medusa gibt, also das rote zeigt ja auf jeden Fall an, dass es hier noch ziemlich böse, böse ist, das heißt wir müssten hier eigentlich noch so ein Ding machen, und das hier gehört schon mal Amanaki, beziehungsweise den Rakyat. Äh, wo geht's denn mit Schnellreise, kann ich denn nicht Schnellreise machen, ne, wir müssen Schnellreise, ja, Schnellreise, so, ist doch krass, ist schön, dass man hier Schnellreise machen kann, weil ich glaube bei Far Cry 2 ging das gar nicht, ich hab's nur ein bisschen damals gespielt, Far Cry 2, weil das war echt scheiße, das Game, aber das, das, das ist cool, da haben sie richtig geile Arbeit gemacht, so, äh, ja, geh mal raus hier, ach so, ist der Waffenschrank, okay, wusste ich nicht, ist immer nur Waffenschrank, ja, okay, weil es schaut so aus wie die Tür, ne, und da denke ich mal, dass es auch ne Tür ist, so, wo ist Dennis, Dennis ist da, das ist doch, ne, das ist, äh, das ist eine andere Mission, da muss ich hin, hi Dennis, was geht's, mhm, ich mach's, mhm, 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 Hau ich noch irgendwelche Muni? Nee? Puh! Ach, da kann ich nicht mal gucken, ob ich noch irgendwelche Muni brauche, ja, 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 äh, ja, ich geh jetzt zum Holzfäller-Camp, hm, schon irgendwie schade, Jo, was geht? Tja, ein Auto haben wir jetzt schon wieder nicht, peinlich, ich kann mir kein Auto leisten, hm, 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 verdammt, hier gibt's echt keine, Apropos, wir haben doch einen Fähigkeitspunkt, glaub ich, erhalten, ne? Ja, können wir eigentlich mal ein Ding machen hier, äh, ruhige Hand, stabil, Adrenalin, psychische Kondition, du erhältst dann zusätzlich, oh, das ist cool! Jetzt haben wir nämlich ein drittes, äh, äh, Gesundheitsbalkengedöns, das ist eigentlich ganz gut zu gebrauchen, und da mal ein Auto! Yeah, ein Quarz gleich! Geil, ein Quarz, ey! Yeah! Oho! Oho! Entschuldigung! Scheiße, man, das Ding war, glaub, lange nicht mehr im TÜV! Ach du Scheiße! Wo ist denn hier, da drüben wäre, Brücke? Dann lass doch einfach mal auf die Mini-Karte gucken! Äh, ich muss links rüber, weil da die einzigste Brücke ist! Hier gibt's noch ziemlich viele Pflanzen, wie ich sehe! So, wo ist jetzt die Brücke, wo ich gesehen hab? Ach, die ist da, noch eins weiter drüben! Wer pfeift hier? Tja, und jetzt bist du ruhig, hä? Na, 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 schau da lang! Oh! Was machst du denn da, Kerle? Leichenschänden, oder was? Obala! Wo gibt's denn hier, bitte, so ein, äh, verfluchtes, äh, hier gibt's gar keinen, äh, pah! Ja gut, dann würde ich sagen, oh ja, da unten ist ne Höhle! Schaut mal, da ist ne Höhle! Könnt man eigentlich mal runterschauen! Da müssen wir jetzt auf die andere Seite, meine Freunde! Alter, wie tief der tauchen kann, der Typ! Obwohl er gerade erst mal nen Hecht reingenommen hat! Mann, 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 Jason, du, one, äh, du, ein-Mann-Armee! So, jetzt müsste ich da irgendwie rüberkommen, will ich gleich rüber! Wer kommt da? Achso! Warum kommt grad so ne heftige Musik? Könnt das eigentlich noch zu unserem Revier? Ja! Ich glaub, was nicht rot ist, ist, äh, befreit von solchen Plagegeistern wie Piraten! Ah, oder auch nicht! Da wird's schon gestört! Äh, was macht ihr? Ja! Ja! Wuhu! Wer kommt hier? Äh, das ist auch unsere! Ja! Entschuldigung! Das musste sein, Leute! Macker! Die feiern! Na, wenn sie schon so feiern, dann könnt's mir gleich wieder so Munitionskugeln geben, weil ich grad mitgeschossen hab! Ihr schuldet mir Kugeln! Äh, gehört das auch zu uns, oder? Ist das feindlich? Das müsste eigentlich auch zu uns gehören! Ey, hier müsste alles zu uns gehören! Denn, äh, jetzt müssten wir ein feindlichem Gebiet sein! Ab jetzt! Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt im roten Bereich sind! Ne, wir sind jetzt... Oh doch, das müsste eigentlich roter Bereich sein! Obala! Entschuldigung! Wollte ich nicht! Ich hab mich echt verkleckt grad! Lass dir am Bein hin und alles! Scheiße! Ich hätte da vorne einkaufen gehen sollen, ey! W- Was? Hat sich grad ankert wie ein Tiger! Und da vorne ist ein Funkturm! Den könnten wir eigentlich gleich mal mitnehmen! Muuu! 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 Du Arschgesicht! Schau bloß, dass du schleicht, du Fettsack! Mül, bringch' mich einfach um! Muffel! Sind aber so schlimm wie bei Assassin's Creed 3, die Vapiti's! Oh! Scheiß, Büffel! Schaut nur da raus, noch so'n Holzcamp! Oh, da kann man mit so'n Teil fahren! Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Funkturm. Das sieht man ja schon. Das ist eine coole Idee, wenn wir den jetzt erstmal holen. Weißt du? Unter Wasser sieht man fast nichts, ey. Aber hier haben wir, vor uns haben wir wieder ein Auto. Yes. Steigen wir gleich ein. So. Dann fahren wir hier nochmal über die Brücke. Und dann links und da unten ist ein Leopard oder was das war. Mehrere Leoparden. Zieh, 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 scheiß Karre. Also scheiß Karre kann echt nicht hochziehen. Die kommt nur mit Mühen voran. Jawoll. Geht doch, Böhr, geht doch. Voilà. Dann hat er die Plantage hier rein. Sonst wird der Bauer Heinrich wieder sauer. Na gut, das reicht einigermaßen. Hier kommst du auch nicht hoch, ne? War mir klar. Dann kommst du aber wenigstens hier hoch. Ach komm, da. Ja, danke. Was? Was? Schlange? Ich hab jetzt grad irgendwas gehört. Oh, Appleware. Oh, Applesoftware. Scheiß auf Apple. Scheiß auf Apple, hab ich gesagt. So. Hört ihr das nicht auch? Oh. Schakale. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Auf jeden Fall ganz böse Dinger. Vor allem, was ist denn eigentlich Applesoftware von mir? Die melden sich jahrelang nicht von mir und dann auf einmal wollen sie wieder, dass ich irgendwelche Updates mache. Scheiß auf Apple. Schlange? Keine Schlange? Sehr schön. Salamander heißen doch die fetten Viecher hier, oder? Äh, die Viecher machen mir Angst. Geht's nicht hoch? Ah, hier. Toll. Muss ich klettern. Ja, das kannst du gut, Jason. Ja, jetzt toll machst du das. So, und da kann man hier auch wieder irgendwo hoch, wie ich sehe. Ah, ja. Boah, dass er die Kraft dazu aufbringt, ey. Ich war jetzt schon schlapp. Oh, oh. Oh, oh. Fuck! Äh, ja. Genau. Gehen wir wieder hoch. Erstmal Lage checken, wie man überhaupt hochkommt. Okay, angeblich hier, oder? Ah, ja. Da muss man mal aufpassen, wie man hier hochkommt. So. Da drüben haben wir schon mal den nächsten Funkturm. Okay. Ah, hier ist schon die Leiter. Okay, hier kann man dann eigentlich beschwerdenlos hoch. Oder andersrum. Ja gut, dann gehen wir halt da drüben hoch. Was ist denn das überhaupt? Achso, das ist ein Quad. Das sah gerade aus wie so ein Viech. So, kletter, 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 kletter. Weiter. Sauber. So, das haben wir. Ah, schön. Halb, äh, ja. Zerknüllte Zigaretten. Scheiß auf Zigaretten. Scheiß Raucher. Fängt das ja gar nicht erst an, ey. Ich mach's ja auch nicht, also von dem her. So, und da haben wir es schon aktiviert. Es ist glorreich. Oh, cool. Ah, ja. Hier wird also viel Holz, irgendwas mit Holz wird hier viel gemacht. Okay, das haben wir. Ich mach's ja gar nicht erst an, ey. Ich mach's ja gar nicht erst an, ey. Ich mach's ja gar nicht erst an, ey.